Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Swag & Sorcery. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid und euch das Video gefallen sollte, würde ich mich über ein Abo freuen und ein Like selbstverständlich auch. Ansonsten, wenn euch irgendwas einfällt, lasst mir gerne einen Kommentar da und nach dem Intro kommt die neue Folge. Viel Spaß! Ah, starten wir jetzt direkt mit nem Elite. Gut, jetzt müssen wir die Ghoul-Quests eigentlich auch fertig haben. Nicht hops gehen. Hey, wie viele Gegner da rumlungern. Wetten, dass da noch ein Gegner kommt? So, als grünen Abschluss jetzt noch ein Gegner? Ne, doch nicht. Okay. Ne, ich brauche mehr Materialien. Ach, die Queste hätte man jetzt abgeben können. Stimmt, da war ja was. Ah, ein Lebenspunkt noch. Ganz toll. Hast du prima gemacht. Ja, mal wieder den Heiltrank reingepfiffen, obwohl ich einen Rückzieher machen wollte. Ah. Na gut, gehen wir mal die Quest ab. Schieße geradeaus und bekomme mehr Beute, wenn du mehr Monster tötest. Äh. Zehn? Zehn Ghule? Das ist doch wohl ein Witz. Nein, es kann nicht sein. Die waren bestimmt krank. Oder müde. Verflixt. Zehn Ghule? Kann doch nicht sein. Oh doch, oh doch. Ein Mittel gegen Allergien. Haha. Hatschi. Oh weh, das ist furchtbar. Alles blüht und meine Allergien sind wieder voll. Hatschi. Da, der Müller hat mir seine Hilfe versprochen. Aber er braucht zehn Wolfsfälle im Gegenzug. Hilf mir bitte dabei, sie zu finden. Oder Hatschi. Kitty verzaubert den angreifenden Feind mit einer Wahrscheinlichkeit von zehn Prozent, sodass dieser den Charakter in der nächsten Runde nicht anvisiert. Okay, begleitet die uns dann immer? Ein Wolfsfälle haben wir schon. Brauche ich noch neun. Gold sieht nicht gut aus. Kundschaft daraus habe ich nicht schon wieder her. Wie sieht's aus? Plus 14 Prozent Schaden. Das ist natürlich nice. Das ist natürlich nice. So. Dann können wir nämlich das verticken. Dunkles Leder. Wolfsfälle. Wolfsleder. Wolfsfälle. Ah. Da müssen wir direkt in die kleinen Dunctions noch mal rein. Hm. Jetzt dürfen wir die kleinen noch mal rein. Das ist natürlich ein bisschen doof. Wie kann ich die eigentlich parallel schicken? So geht die jetzt nur allein, oder? Hm. 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 das war jetzt noch freischalten oder soll der nicht hops gehen ich möchte die ganzen materialien haben ich bin hier schneller unterwegs aber auch kann ich nicht weiter schicken was will denn das da müsste ich jetzt eigentlich durch waschen können ohne probleme das ist ja alles bonnet aber so kommt man gut an heilende blätter auch ran der hat mich tatsächlich jetzt getroffen warum keine fälle das gibt es doch nicht da müssen doch mal Wölfe kommen oder so da ist meiner eins gab es eins jetzt wieder einer auch wieder nur eins auf der anderen seite wir bekommen halt ein bisschen materialien und können ja da wieder ausrüstung herstellen und das ordentlich verticken dann kommen wir schnell an die helden und so und können die dann auch wieder leveln also ganz umsonst ist es jetzt nicht ein aber schon zwei er ist jetzt gar nicht so er liegt also das sind jetzt ordentlicher ordentliche quaint dran mit diesem scheiß fell aber ich will die katze haben diese aufnahme geht jetzt schon über eine stunde auf jeden fall wollte jetzt so langsam eigentlich zum ende kommen aber die katze die hätte ich schon gerne noch der elite also der hat doch bestimmt mehrere drei auf einmal nicht sehr schön so schauen wir mal wie viele wir haben acht und essenzen kann ich abgeben so danke aber diese merkwürdige magisches dieses merkwürdige magische ding will sich einfach nicht studieren lassen vielleicht funktioniert das irgendwie auf andere weise keine ahnung jährliches turnier wie du vielleicht weißt ist das jährliche jahr turnier schon in vollem gange wir kommen gerade von der ersten runde zurück wir haben neun stachel von parasitären wespen erbeutet glaubst du dass ihr mehr schafft ja freilich ok einen stachel habe ich schon irgendwo herbekommen jetzt müssen wir schauen zwei fälle brauche ich noch woher jetzt geben er hat ihr mit wir gerade noch fertig und dann dürfen wir unsere katze haben kann ich diese aufnahme aktion wird leiden trotzino nicht abschließen weil sonst krieg ich die folge nicht voll müssen wir Jetzt nicht in diesem kleinen Dungeon, sondern im großen vielleicht, aber es gibt genug zu tun. Oh, Katze, 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 Katze. Katze. Ich habe dem Müller zehn Wolfshäler gebracht und dafür habe ich nur ein lausiges Taschen genug bekommen. So ein Schuft. Warum machen sich alle über mich lustig? Haha, Hatschi. Lohnung, Katze. So, muss man die Katze ausrüsten. Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Keine Katze. Ich habe mich dazu entschlossen, es noch einmal zu versuchen. Ich bin zum Schluss gekommen, dass es eine bestimmte Regelmäßigkeit bei der farblichen Verteilung der Würfelstücke gibt. Ich brauche mehr Essenz. Ah, wir können es aber direkt abschließen. Na gut, passt. Ein weiteres Experiment, ein weiterer Fehlschlag. Aber ich werde nicht aufgeben. Kein Artefakt wird meinen Wissensdurst aufhalten können. Ich werde es schaffen, auch wenn ich dabei die gesamte Essenz auf der Welt verbrauchen muss. Ein Stückchen Trauer. Sechs Seiten, sechs verschiedene Farben und alle Farben sind in einzigartiger Weise auf jeder Seite angeordnet. Wir müssen die Reaktion des Würfels auf Trauersteine testen. Bringen wir doch mal sechs Steine. Gut, habe ich keine. Ähm, ja, was gibt es denn jetzt hier noch zu tun? Kiefernbrett. Ich habe jetzt nur vergessen, was Kiefernbrett war. Das war das Neuere. Okay. Ja gut, dann schicken wir sie doch einfach mal los. Ja, mach mal hier weiter. Ich habe sich direkt mal ein Stückchen gegönnt. Habe ich die jetzt eigentlich schon komplett aufgerüstet? Mit den neueren Sachen? Weiß ich gerade gar nicht. Aber noch kein Holz. Nicht ein Stückchen. Die Herzen sind natürlich auch nicht verkehrt, aber ich brauche Holz. Da könnte ich eigentlich auch mal in der Gilde reinschauen. Vielleicht, äh, gibt es da die Möglichkeit... Oh, shit. Gibt es da die Möglichkeit, das irgendwie zu deichseln, dass ich da zwei Gruppen schicken kann? Würde ich ja schon gern. Na, ich wollte das Holz mitnehmen. Äh. Nein. Ich kann hier sonst nichts machen. Äh. Äh. Ach, ja, stimmt. Da kann ich ja die einzelnen Werte... ...noch trainieren. Hm. So, da hat mal was reingeknallt. So, dann gucke ich jetzt noch mal wegen der Ausrüstung. Äh. Soldatenhelm. Soldatenbrustpanser. Soldatenarmschienen. Militschwert. Also, Schwert müssen wir noch machen. Soldatenarmschwert. Brauche ich noch zwei Wachen. Ich kann nur eine herstellen. Oh. 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 Banditenarmbrust. Hat die schon die Armbrust? Oh. Oh. Oh, sogar eine sehr gute. Dann brauche ich die schon mal nicht herstellen. Ah. So. Äh. Banditenhose. Ach. Die Banditenteile sind schon die höheren. Mist. Äh. Kitty. Die Mona hat Kitty. Du hast Bulimie. Hehehe. Ah. Dann hat anscheinend... Anscheinend jeder hält so seine eigenen Fähigkeiten auf jeden Fall. Nice. Ich möchte aber Kitty jetzt mal sehen. Wie süß. Da. Da. Kitty. Wie süß. Wie so da hinterherläuft. Ganz brav. Hehehe. Nur ein bisschen rosa, aber ansonsten ist es süß. Sehr schön. Schließen. Aufrecht. Ich freue mich schon. Ich bin ja. Vielen Dank.